Hallöchen, Popöchen, meine Damen und Herren, hier ist wieder euer Hurtsturz-Crew mit den freundlichen Mitgliedern, die da sind, Serentipity. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Wodan. Grüß euch, hi. Lach mich nicht immer aus. Hallo, Minjas. Hallo, Herr Fleischhammer. Und der lachende Fleischhammer, hallöchen. Mal den viel Spaß. Weiter geht's, 4.46 Uhr, komm, wir haben schon wieder einen halben Tag verdrödelt. Wohin schießt du? Du hast einen Weg vor, lead the way, Herr Fleischhammer. Hast du dir das Essen aus dem Kühlschrank rausgenommen? Ja, hab ich genommen, danke schön. Okay, alles klar. Du musst essen. Im Prinzip würde ich jetzt mal den langen Weg nach Hause wieder vorschlagen. Ja, dann lead the way. Warte, Alkohol. Yes. Stimmt, Alkohol rein. Hat jeder Alkohol? Da bin ich hierher gelaufen, damit ich wieder nach Hause laufen kann, das ist toll. Du brauchst unbedingt deine Sachen. Nein, da sind doch, ist doch hier noch ein langer Weg. Hat jeder Alkohol drin, dass er da auch springen kann? Selbstverständlich, Chef. Ja, super. So läuft es. Ein, der geht, Richtung Alpha 13. Ist das ein Feuerball oder die Sonne? Genau. Ich mach mal einen Abstecher ins Zeltlager, mal gucken, was da gibt. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Achso. Da haben wir noch ein Bett gelootet. Loser, vielleicht schauen wir mal die Richtung und springen. Hier links rum. Richtung Osten. Ostenwald ist. Wieso bist du so langsam? Weil er ein gebrochenes Fuß hat. Gebrochenes Fuß, genau. Gebrochenes Fuß hat. Ja, machst mich jetzt blöd an mit der Rückwärtsläuse oder was? Ist doch einmal. Ist doch einmal. Was ist denn los? Oh, komm, lauf. Ach, sieh. Der Sonne entgegen und was sogar neben. Genau. Trink mal einen Schluck. Trink nochmal einen Schluck. Die Kehleölölen. Die Ölen. Die Ölen. Wieso laufen wir in Gruppen? Das ist schon so gut, dass es quasi eine Hetzjagd. Auf wen? Den Bunker. Den Motor und den Batterien. Okay. Na, laufen wir weiter. Gut. Gut. Nee, ich will die Straße links von mir noch ein bisschen beobachten. Wo die hinführt. Da links von mir ist eine Straße. Ist die eigentlich auf der Karte? Laufen wir jetzt echt den Weg wieder zurück? Ja, naja, nicht den Weg. Einen Weg. Ja. Einen Weg. Einen Weg. Einer Fleischermain. Von euch ist gesehen links. Oh, drei. Ja. Tatsache. Da ist er, ja. Oh, hier liegt noch was. Hat sich nicht gelohnt. Gut. Wir laufen jetzt einfach Richtung nach Hause, oder wie? Na, wir folgen der Straße, die hier ist, links von mir. Hätte ja sein können, dass wir noch was schön... Auf deine Straße, ja? Ja, ja. Mhm. Kohle. Meins, 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 meins. Haben wir nicht mittlerweile genug Kohle? Nein. Oh, kein Potassium. Kein Potassium. Kein Potassium, mehr Kohle. Sind wir alle zusammen, weil ich sehe uns sehr verstreut. Ja, wir sind wir ja auch. Wir sind sehr verstreut. Wir sind zu dritt. Du bist verstreut. Ja. Ja, das sowieso. Total verstreut. Die Tode. Wieder mal. Das muss so. Das muss so. Ja. Und sonst? Geht's euch? Ja, läuft, ne? Nicht klagen, ne? Wir fahren doch, oder? Die sind immer noch hergekommen. Die sind immer nicht. Was macht der denn jetzt? Hat der mich glatt noch geschlagen. Das hatte ich wahr. Unglaublich. Also, für den nächsten Stapel will ich auch ne Shotgun mit Taschenlampe. Ich hab jetzt so ne SMG mit Taschenlampe. Guck mal. Naja, ist schon gut. Guck mal, wie cool. Guck mal, wie cool. Guck mal. Ja, ja, sieht sie geil aus. Guck mal hier, wie cool. Ich will. Gib mir mal ne Taschenlampe ab. Ne, ich hab grad keine. Ne. Ich verbaue sie mal direkt. Bitte. Wie ich das bewohnen. Du musst einfach nur rechtsklicken auf die Shotgun und dann hast du da unten Attach. Ah, cool. Dann zweimal an- und ausschalten, glaube ich, und dann geht das schon los. Ja. Geil. Hilfe. Endlich bin ich mal. Oh, weißt du das hier? Ich find grad was. Oh, ja. Oh, oh. Oha, ja. Oder nur ein Hochhaus mit einer Front. Das wäre jetzt... Eine Höhle. Das fehlt ja noch. Eine Höhle mit ganz viel Potassium. Okay, erstmal Autos. Ich Autos. Apartment macht Sinn, ne? Weil da oben sind noch Waffen und so. Ja. Meier Teams. Machen wir mal Apartment zum Schluss. Wo ist deine Frau? Weiß ich nicht. In der Wüste. Was? Hier, wir haben gesagt, wir laufen wieder nach Hause und ich bin nach Hause gelaufen. Gut. Ähm. Ähm. Was denn? Habt ihr gesagt? Ja, aber nicht so gemeint. Okay. Das ist immer so zweier Sachen. Fragen und meinen. Naja, gut, in meinem verseuchten Hirn verstehe ich grad nur die Hälfte. Ich komme, ich hab euch ja geortet. Seid ihr verziehen. Da bin ich ja beruhigt. Vielen Dank. Wie gesagt, vielleicht sucht ihr wieder irgendwie Point of Interest. Noch einen Shotgun-Store oder sowas. Mhm. Schönen die Autos an. Neh mal einen Flutscheinwerfer in die Hand. Minas ist da hinten? Kann sein, ja. Da hinten ist ein Ding. Wieso laufe ich trotz Alkohol manchmal langsam? Liegt das am Gras? Ja, das Gras macht viel ein bisschen langsam. Das hat was mit dem Gras zu tun. Die Mischung an sich ist auch nicht so gut. Also Alkohol und Gras. Ja, läuft. Die einen sagen so. Ich finde, das Gras sieht ja oft ein bisschen aus wie Rosmarin. Ja. Ja, das ist, wenn du in Frankfurt schlecht kaufst. Man sagt ja auch süß, äh, süß Holz. Das ist Lakritz, Lakritz ist gut. Was denn? Ich hab das Gefühl, dass du und ich, wir beide reden. Du bist an einer vorbei. Du sagst süß, holz, ich sag Lakritze. Läuft. Genau. Ich sag hey und du sagst ho. Und dann können wir, get up in the disco. 27 Schuss des Todes halt gefunden grad. Shotgun? Ne, ne, ne. Hunting rifle boats. So, ich mach mich grad zum Kassiererhäuschen. Okay. Im Kino. Batterie, Batterie, Batterie. Yo, ich hab eine Batterie. Yay. Oh, wir können Moped fahren. Wir können Moped fahren. Moped. Nur eins. Bittina am Arsch, oder was? Ne. Bis jetzt nur eins, aber unter Umständen. Hier noch ein paar Batterien. Cool, wär auch sowas wie ein... Werkstatt. Ja, ich glaub, ich bin schon an der Stadt, wo ihr seid. Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, ich bin in der Stadt. Hm. Richtig viele Autos hängen hier nicht rum. Wenn ich's nur eins. Autos hängen auch selten rum. Klugscheißer, echt. Ja, ich glaub, wenn ich schon jahrelang mit dir hier aufnehmen würde, wirklich echt nicht mögen. 10.000 Abonnenten jetzt abgehoben, oder wat? Mhm. Ich muss mich ja mal langsam... Geh mal raus hier. Abnabeln. Die ist leer, oder? Ja, ja. Da ist nichts Besonderes. Oh, eine orange Pistole. Ich schmeiß ein bisschen Papier weg. Orange ist doch gar nicht gut. So viel Papier braucht man nicht. Ist mir egal. Die kann ich aber auseinandernehmen und die Munition da rausholen. Ich bin ja durchgeschlagen hier. Hallo. Hallo? 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 Oh Gott. Mehr geht nicht. Tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Das it. Ja. Einfach auch mal nix sagen. Lose ich gleich nur wieder husten. Natürlich nur, um die Stimme zu schonen. Ja, 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 ja. Schon klar. Ich glaube, wir müssen weiter, ne? Hier. Naja, ich bin schon raus. Ich gehe jetzt in Richtung Tanke. Kippen. Ich finde immer nur irgendwelche Filter hier. Bei Batterien sollen nicht drin sein. Macht wenig Sinn in so einem Auto hier. Batterie. Orange. Gut. Nehmen. Meldeverzug. Per Zug. Per was? Per. Was? Per Zug. Oder Bahn. Ich dachte, ihr wart. Was denn? Okay, alles gut. Ach, schon wieder hier bin ich. Ich bin schon wieder ins... Wo geht's denn hier raus? Ich hab auch noch ein Schieberit gefunden. Ein Schieberit. Oh, hier. Die Säulen sind lootbar, ne? Die Säulen sind lootbar, okay. Ja. Bitte Schrotflinte drauf schießen. Muss ich nur Platz schaffen. Schaut es mir an, ihr wisst, wir brauchen den Bein durch irgendein Kehr. Oh, Weapon Repair Kits noch mehr, geil. Vier Stück. Hast du nicht noch Öl in der Tasche? Ähm, die hab ich von denen umgewandelt. Ach so, okay. Also, als ich zu Hause bin, als ich zu Hause war. Ne, du weißt schon, was ich meine. Quasi. Da hab ich die Weapon Repair Kits umgewandelt, mir die zweite Waffe gemacht, die zweite Schrotze. Also, vorhin, das war eine Folge für die Zuschauer, eine Folge davor. Wo seid ihr? Ich hab euch irgendwie... Da ist ein grüner Pfeil. Okay, Moment. Batterie. Oh, ne StoneAge. Seid ihr in dem großen Wohnhaus? Wir sind verteilt in der Stadt. Ja. Okay. Wir sind zum Beispiel an der Tankstelle. StoneAge im Auto. Wer ist mir? Ist doch nix im Auto? Ja, vielleicht war da ein anderer Survivor. Dann seid ihr auf der Hut. Hier sind noch andere. Hier ein Essensladen. Samway Foods. Wow, wie jemand drin ist. So ein Walking Stiff Tools. Na, das klingt doch nicht für mich nach Motoren und Hunden. Nur ein toter Hund ist ein guter Hund. Griffmaster Tools. Äh, quasi. Heal Error. Error. Hier oben brennt's nirgendwo. Hier oben brennt's nirgendwo. Da, ein, ein, behalten. Was brennt? Bloß nicht her. Hier irgendwo knistert's. Wollen wir draußen rumgammeln? Das kann natürlich sein. Das kannst du haben. Huch. Ja. So. Fernseher mitnehmen. Erstmal ringucken, was gibt's hier an Bier? Wichtigste. Batterie, scheiß drauf. Bier. Ich hab jetzt auch Bier gefunden. Also eigentlich bist du ja im, im Toolshop auch sowas wie mit, oh, der lila nackt's. Dankeschön, mein lieber Gott. Du bist ein großer Hund. Pass auf, die bringt Pech. Ich war ja direkt tot danach. Genau. Milleachs des Todes. Na toll. Draußen ist wieder die Hölle los, wie ich höre. Ja. Oh, fuck. Was denn das hier? Spitzen in der Tür. Ich hab's nicht gesehen. Ich renn einfach durch. Noch nicht. Oh, oh, oh. Error. Drop in der Air. Ich seh'n, aber sollen wir da ran? Mach doch ne Markierung. Grob. Geschätzt. Warum ist das hier in dem Haus eigentlich so dunkel? So, wenn man alles verbareriert wird. Soll ich hinrennen? Ich hab noch Alkohol drin. Hat sich gereimt. Na, ich renne rein. Ich hab's Gefühl, dass ich nicht volle Pulle renne. Ich bin vielleicht überladen oder so. Ja, genau. Das wird sein. Mit Sicherheit, ja. Die Stadt ist riesig. Der reist mir die Hütte ab. Reist die Hütte ab. Reist die Hütte ab. Eine gelbe Axt. Bull, ne. Eine gelbe Axt. Wow. Voll gelb hier alles. Bist du in der Etage über mir? Oh, eine Engine hier von... Du bist also auch eine Engine? Ja, ich zwar... Ist das jetzt schlimm, wenn ich die Batterie gescrabbt habe? Ja. Ich hasse dich sehr. Also ich würde dann hier und jetzt für Alpha 13 absagen. Was? Was? Sag mal nochmal, hast du die gescrabbt oder nicht? Ach Quatsch, den will ich doch nur auf den Arm nehmen. Ich sag, wir brauchen das LED. Tut mir leid. Die ganze Höhle voll LED, weißt du? Ja, genau. Irgendwie. Wo ist der fucking Airdrop hin? Oh, nicht euer Ernst. Ich habe es markiert. Mach dich schon mal bereit, Seren, Deputy. Da unten geht es... Ja. Mach ich. Wo geht es denn hier raus? Wo ist das scheiß Ding gelandet? Obwohl, unten ist noch zu. Also die brechen irgendwo anders durch. Ja, das macht nichts. Wir laufen auch noch ein bisschen hoch. Das macht nichts. Du schaffst das schon. Gut, ich habe irgendwas verrierten hier. Also das Toolshop ist leer. Der Toolshop. Der Toolshop ist leer. Oh man, wo ist denn der? War nix zu holen mehr. Gut, Batterien weitersuchen. Achso, Batterien suchen wir. Jetzt gerade zu... Ei. Alter, Witz da. Komm her, Hund. Der Zuschauer, habt ihr das gesehen? Die können mir nicht antworten, weil es eine Aufnahme ist. Verdammt. Lebe das Dream, wa? Ich glaube, die schreien dich gerade jetzt schon an. Ja, da hinten. Ja, du hast es nicht übersehen. Du hast Kohle übersehen. Du hast Kohle übersehen. Da, da waren wir. Das war damals bei Gronkh. Der hat ja auch... Ja. Was hat der? Bei Minecraft. Jeder dritte Satz hat Kohle übersehen. Rieses hat mir glaube ich Kohle übersehen. Und hat er da mal so ein Referat drüber halten. Ja, fuck you. Das kann ja nicht sein. Ich habe doch extra die Richtung markiert. Da habe ich auch unseren Zapp verloren, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Super, läuft. Äh, irgendwas rennt hier hoch. Wo stehen die denn? Nee, nicht stehen. Oh, bei mir ruckelt es jetzt, ja. Ich mache mal zu hier, hä? Liebe Zuschauer, es tut mir leid an dieser Stelle. Wer jetzt schon meckert, ich übernehme keine Tischplatten, Tastaturen oder sonst irgendwelche Sachen, wo ihr reinbeißt. Ich habe es leider übersehen. Leider geil. Du, unter Umständen ist das wirklich sehr weit. Da seid ihr weiter weg als geschätzt. Wo sind sie denn? Wo dann? Unten, ich habe aber zugemacht. Mach weiter in Ruhe. Mach weiter. Ja, vor allen Dingen, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er weiter qualmt. Ich habe nur so die Befürchtung, dass er landet und dann, wenn man weit genug entfernt ist, nicht weiter qualmt. Bist du das? Ja, okay. Ach man, da hast du auch noch gelbe Umgebung, weißt du, wo sich so eine braune Kiste mal schön tarnt. Ey, war ich jetzt hier schon? War ich hier schon? Richtig. Geil oder was? Was? Wo dann jetzt auch noch? Ey, ich glaube, wir waren hier schon. Ja, hier ist aber noch alles offen. Zu. Vent. Ach, leck mich am Arsch. Bleibt da der Airdrop, Airdrop. Wenn ihr Hilfe braucht, schreit. Ah! Okay. Alles gut. Seid ihr in dem... Oh, da ist noch eine Tanke. Ja, wir sehen aber nichts. Ich muss mal hier ein Ding aufmachen. Hier ist alles so dunkel. Hast du einen Leuchtehelm? Ne, ich mache einfach mal auf hier kurz. Das heißt, wir haben jetzt zwei Minibikes, oder was? Wir hätten jetzt zwei Minibanks, ja, mit zwei Batterien. Minibanks. So cool, nächste Folge, Minibike-Action. Oder Alpha 13. Also, wenn die Alpha 13 tatsächlich am 31. kommen sollte, dann haben wir noch ein paar Wochen. Wir haben heute ersten dritten. Ersten dritten haben wir heute. Den vierten. Nein, den vierten, zehnten haben wir heute. Was? Ich muss arbeiten. Tschüss. Wacht die Nachkommens. Grüne Pistole. Zehn Millimeter Bullets. Was? Ich werfe die Banage weg. Nehme die Patronen mit. Die meisten kommen weg. Nehme die Pistole mit. Danke. Was? Das meint sich. Ich habe nichts. Ich habe nicht gesprochen. So, haben wir mal so eine innere Stimme. Die innere Stimme der Zuschauer. Immer das Graue mitnehmen und das Grüne wegschmeißen. Nein, spring nicht. Da steht einer auf dem Haus und will springen. Entschuldigung. Wo denn? Ne, ich bin es nicht. Ja. Hier, komm mit. Ich zeige dir. Jetzt ist er, glaube ich, runtergefallen schon. Ja, da ist er hier vorne. Der hat es aber gut ausgefedert. Das ist so ein Parcours-Typ, ne? Ja. Hast du gesehen? Parcours. Schön abgerollt. Am Arsch. Genau, schön abgerollt. Danken. Warst du dahinter schon? Die Richtung? Also, ich bin tatsächlich immer durch durch die Stadt komplett jetzt. Ja? Ja. Okay. Also, Autos sind leer. Das ist doch fein. Wenn wir noch holen müssten, wir in den Schichten wie hier vorne, glaube ich. Da ist doch ein Safe drin. Irgendwo ist doch noch ein... Apartment meinst du? Ein Apartment sind doch welche, meine ich. Ja? Ich meine, jetzt hier so eine Ammonition-Kisten hier. Munitionskisten. Hängen hier doch irgendwo noch rum. Ups. Und? Und? Meine Hand. Ich glaube, es ist so ein Schalldämpfer drauf, oder wie? Ne, ne, ne. Was ist denn hier mit? Was ist denn hier? Pricing Cars. Ja, klar. Ja. Die, ähm, Zapzollen hast du auch? Ich jetzt nicht. Du warst ja, glaube ich, schon dran. War das die Tanke? Ja. Das war die Reifen. Ein Hund am Arsch. Hund hinter dir. Hund, 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 Hund. Ich hab ein, ähm, Dings gefunden. Einen großen... Wo? Äh, Tresor. Wir sind bei 20 Minuten. Ja. Oh. Tja, Herr Fleisch, hör mal. Ich fahr wieder dran. Ach ja. Dann muss ich sagen, äh, ist das wirklich wahr, was ich dran mache? Ne? Ja, ja, passt. Ihr werdet schon recht haben. Ich sage, herzlichen Dank für das Zuschauen. Lasst uns einen Daumen um da. Äh, wie gesagt, Vodan hat ein neues Let's Play draußen. Äh, wäre interessant. Äh, kann es mir jetzt leider noch nicht anschauen, wer es aber bald tun. Jetzt hier nach dieser Aufnahme. Und, äh, dann kriegst du von mir einen Daumen runter. Aus dem Zeichen. Und einen dummen Kommentar, okay? Den hab ich schon dagelassen. Du hast deinen Rucksack übersehen. Fangen wir drauf. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.